Ja, sehr gut, dann hab ich nur ne Machiethe übrig. Und den Ring. Welch ein umwerfender Ring! Vielleicht ist er das Portal zur nächsten Erinnerung. Der Diamant ist schön und hart. Er lässt mich verborgene Dinge sehen. Oben auf dem Kästchen ist eine Aussparung von der Rose. Vielleicht kann ich jetzt damit öffnen. Gewalt! Okay, Entschüss, was hat denn ihr denn so gelacht? Ocken ist weg! Ist abgeschossen. Boah, wir haben die Tür früher nie abgeschlossen. Der Hüttel fehlt schon seit geraumer Zeit. Ich muss jetzt erwähnen, was ich habe. Na Gott, Nische. Das Spiel was tun, vielleicht sollte ich den Stab und den Spinnenweg entfernen. Okay, warte. Ein kleines Tüttel warst du, okay. Ah ja, das war das Klavierspiel. Die Polizei hat den Durchgang abgesperrt. Die Polizei hat den Durchgang abgesperrt. Und er hat den durchschneiden. Und er hatte doch eben... Hä, ich hatte doch... Ich hatte doch... Ich hatte eben noch ein... Oh. Ein Schlüssel. ich hatte eben noch ein eine machete warum muss immer weggeworfen das ist kräftig genug um glas durchschneiden also es fehlt 123 fehlt okay damit bestimmt richtig passt ohne oder ohne und nie kein mathe aktuellen kacke das ist nicht gut das ist nicht man da sehe ich mich nicht ich hasse mathe ich hatte mathe warte mal das ist doch nicht für hier immer bisschen gering ja hier habe ich es gesehen krieg und frieden krieg und frieden hass die könig kuh schwan weintraum bösche klammer weihnachtsmann elefant bonbon rätsel cover die 1 okay weihnachtsmann aber ich es ist ein bisschen an die 1 es soll ich mir in der rätsel den vorstellen wir fanden das hier ein schwan meintraut das ist überhaupt nicht geuselig überhaupt nicht creepy die ganze Zeit hinter dir irgendwelche Geräusche zu hören überhaupt nicht wenn schon großen Bogen dieses Haus machen aber was das ist das wirst du ja nicht wird so einfach ich bin in deinem Spiegel jetzt wird er echt nur noch viel und dunkler Gang so richtig creepy das wäre und dann kann man auch mal wie er ist die laufen das wäre es ja aber man spielt ja mit der Maus ich finde es auch gar nicht angenehm da ich spiele mit der Maus zu spielen ist echt angenehm ich bin einfach so spielen mit der Maus okay mich so schön zurücksetzen und einfach mit der Maus mit dem kündigen sich ausweichen in welchen Schlägen oder so können König Kuh Kühne ich die Kuh Kuh ist König da sind aber gut ja mit Kreise ist momentan ja eh genug Action ja mit Kreise ist und mit Mass Effect geschmeckt ja Elex ist jetzt ja wie in der Eels kann der Gleckchen Schwarz Action dabei was ist denn ein Traum okay ich finde es aber echt schwer ne aber hier wird von Liebe und Hass gesprochen Liebe, Hass und Frieden Wer Krieg ist, wer Krieg und Frieden Lalalalalalalalalala Ich muss daran denken, wie das jemand tut, äh, das muss ich, ich, äh, zu viel Horror, zu viel Horror, äh, Äh, haha, aber ich, ich mag aber die, die Atmosphäre, ich find das echt, also ich, ich hätt nicht ganz so atmosphärisch, das Spiel, klar, naja, da wimmst du mal ein bisschen durch die Gegend, aber ich find das gerade auch echt irgendwie interessant, die Story, was auch nicht. Irgendwie, ich mag ja auch, ich bin ja auch für sowas geschaffen, ne? So Art von Story, so richtig schön abgedreht, bescheuert, mag ich ganz gern. Ja, das ist von der Story doch auch. Aber irgendwie bin ich gerade nicht gerade gut hier, hier bin ich scheiße, war schon besser. Hm, 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 hm. Also ich muss sagen, es gefällt mir wirklich, richtig gut. Die sind auch nicht so lang, kann man eher mal fortsetzen. König, Bonbon, Krabbe. König? Bonbon, Krabbe. Da ist die Krabbe. Ist das König hier, oder soll das die Figur sein, ne Schachfigur? Nee. Nee. Aber ich sage, es gab es am König, ne? Ist das gar nicht. Doch. Das hier? Bonbon, aber woher soll ich jetzt Bonbon finden? Hm. Der ist doch kein, der ist eine Zuckerstange. Das ist eine Zuckerstange. Das ist kein Bonbon. Also ein Bonbon ist nämlich diese kleinen Bonbons, die man in den Mund steckt. Die man ausbacken, die man in den Mund steckt. Und zwei Bonbons, das ist doch kein Bonbon. Also bitte eine Zuckerstange und ein Bonbon. Ja gut, also. Aber sehr kreativ. Okay Leute, schreibt in die Kommentare, was eure Definition von Bonbon ist. Das möchte ich jetzt wissen. Danke. Und übrigens, danke für, ja, 35, 36 Ausrufe. Bei Crysis, dieser siebten Folge, glaube ich, war das. Danke, 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 danke sehr. Vielen Dank für die Unterstützung. Kann man, muss man ja auch mal gesagt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Freut mich immer. Das ist doch der König. Das ist kein König. Ach, kaum erlöst mich. Bitte. 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 Hallo, hallo, ich hätte gerne die Erlösung. Ich wollte ja noch mehr gelachen, juhu. Ey, ihr wollt sich jetzt verarschen spielen, oder? Wo ist denn dein scheiß König, sag mal? Was ist denn da? Was ist denn da? kommen jetzt ich weiß nicht wo der ist es ja da sind ja so wie ich das abhängig ist können die königenschaften wursche ist bestimmt haben die entwickler ist eingebauter mit den leute so über verarschen kann die kinko auch creepy als es nicht gesagt muss er können das hier la 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 er weiß den könig das wort könig das wort also es kann alles auch leute die spiel mich verarschen das spiel mit eiskalt mobben danke weil sie welcher folge wir sind aber ich werde ja nicht länger als 20 mehr mache keine ahnung wo ich glaube nicht viel ich glaube dass ich das ist ja gut gucken aber ich glaube man länger mehr machen kleine wusste könig er ja ernsthaft danke was die einzige von ja dann nur wir können aber mehr zeit leiter wollen leider so was ist denn hier nummer 2 wenn die in spiegel erinnerst dann da wird eine brechstange brauchen für rosen für eine ruse ok hier meine ruse für mehr mehr das mehr dann ist haben wir kein wasser wo verbraucht im bild die schaufel wenn ich habe geschlossen ist aber sehr schluss ist mir egal also ja ja da kann jetzt machen ja ja kann auch da was machen Ah. Ah. Durchschneiden. Ja. Okay. Hier kann ich die Kette machen. Hier kann ich Kamin machen. Egal. Klavierer. Aber nur 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 bringt mir das nix. Hier bin ich fertig. Da kann ich das Bett auch nicht benutzen. Da kann ich das benutzen. Wo ich das denn brauche. Okay. Da kann ich die Nische benutzen. Hier ist eine Tür. Okay. Oh. Ah. Ah. Okay. Und mit dem Sand kann ich. Ah. Okay. Mit dem Sand kann ich jetzt das machen. Und das. Und dann habe ich das nächste Rätsel. Okay. Na gut. Das ging ja. Das ging ja noch. Das habe ich auch noch. Okay. Okay. Okay.